die Leute hier ist mal wieder alle Drachen starten mit einer ganz besonderen Folge von Bayblade das ist unser Crazy der hält gerade den Lester an der Hand der sich schon darauf vorbereitet auf die Bayblade Tricks und eine besondere Folge ja äh der Anfangs Trick ist dass der Crazy die Bayblade von 50 oder 90 cm ein Meter ein Meter vom Bett wegsteht und die Bayblade auf das Bett schießt und dass er da weiter dreht und auf dem Bett bleibt ja und es kann losgehen Crazy diese Technik erfolgt ganz viel Konzentration jetzt schon ein Trick wo der Bayblade auf der Teppe ist und runterrollt auf jede Stufe kommt und sagt jetzt schon seit ihr gesehen und das erfolgt sehr viel Übung und Konzentration und Kondition machen wir mal Crazy da seht ihr das und jetzt schon kommt ein weiterer Trick dann machen